So, es ist heute ein bisschen diesig. Da vorne ist Donarine Drive. Ciao, Petty Beach. Einmal rundherum. Es ist lustig, wie ich diese Stadt jetzt schon kenne. Gennady Capes ist sehr insidig. Es ist sehr schön. Es ist ein ganzes Ort. Und es ist Changan. Ihr habt Spaß da. Also, es ist ein bisschen ein Freund Haller. Es ist ein Hahn trashes Franz. Ich nehme dich an. Eine schöne Ölderin. Das haben wir noch. Das ist ein bisschen ausgewertes. Das ist eine Frage. Er ist ein Wörterafer. und auf dem Weg zu Lanker in search of Sita, haltet an diesem Spot, um die Blessungen von Sajj Gautama zu suchen. Das ist ein Platz für Peergrimmig. Fünfzehn Tempel. Oh, look up there, there was an apartment burned. Und da hinten steht ein Stupa. Und da hinten steht ein Stupa. Ah, und da sind noch mehr Huts hier. Ein bisschen hier. Oh, hier. Oh, okay. Oh, okay. Okay. in A A A A A A A A So, jetzt bin ich in einem Jain-Temper, Jainismus. Jainismus, das ist die dritte große Religion, hier in Indien, da unten steht mein Guide, in Indien gibt es Buddhismus, Jainismus und Jainismus, hier ist Jainismus. Jainismus, das ist die dritte große Religion, hier ist Jainismus. Jainismus, das ist die dritte große Religion, hier ist Jainismus. Mein Guide holt sich gerade ein bisschen Wasser und wahrscheinlich auch was zu essen. So, das Ding hier heißt Indien Gardens, ich weiß gar nicht genau warum, was hier genau hängt sehe ich jetzt nicht so auf den ersten Blick. Ah, da hinten steht, da war eine echt beeindruckende Baumgruppe. Klasse.